Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush. Wasch, wasch, mit David und mit unseren EM-Lachen. Lucky Blocks, Good Lucky Blocks und Emerald Lucky Blocks. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, direkt ein Puppisfeld. Ja, direkt ein Fußballfeld gespawnt. Guck mal bitte, ob deine... Meine Wolle lebt noch, die lebt. Easy peasy. So, die ist auf jeden Fall am Start. Ja, ihr habt einige Verbesserungsvorschläge für die Mod reingepackt. Das habe ich direkt mal dem Entwickler weitergegeben. Oder er hat auch selbst in die Kommentare geguckt. Oh, da ist die Tschechien-Flagge. So, und der Fußball, der ist weggeflogen. Oh, nein. So, wow. Oh, das ist immer scheiße, wenn er wegfliegt. Naja, ich habe hier die Hooligans hinter mir. Oh, shit. Aber das soll ich mal hinkriegen. Die sind aber gefährlich, da musst du aufpassen. Die Hooligans sind gefährlich. Oh, und da ist ein Trikot gespawnt. Ich komme hier dran. Zack, zack, zack. Ja, ich habe das Italien-Trikot. Oh, nice. Ähm, und die ganzen Hooligans, die sind da unten gerade drin. War schon ein bisschen dumm, aber, was soll ich hinkriegen? So, Florenzi, verzieh dich. Und tschüss, Özil. Özil, nein. Özil will mich verprügeln. Hilfe. Oh, shit. Hau ihn aufs Maul. Hau ihn aufs Maul. Hilfe, Hilfe. Warte mal, ich will nur meine Blöcke da hinten abbauen, aber ich komme da gerade nicht ran. Mensch. So, ähm. Oh, nice. So, was sind das? Emeralds, okay. Ich glaube, ich mache erst mal so, wow, nee, Lapis will ich nicht. Manometer, äh, mein Spawnpunkt ist gerade weg. Manometer? Jetzt machen wir das noch kurz, slash Spawnpoint. So, okay. Ähm, David, wie sieht es aus? Ich will nicht die ganze Zeit von Hooligans verfolgt werden. Kann ich dir einen Befehl kurz machen? Ja, mach, 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 easy. Weil sonst lässt sich das hier nicht gut spielen. So, okay. Sehr schön, danke. Okay, habe ich gemacht. Nice. Okay, 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 gut. Jetzt habe ich auch, ich habe, oh, ich habe Diamanten. Das heißt, wenn jetzt ein Villager kommt, dann kann ich da, ne, David, du weißt du. Kriege ich die coole Sachen mitmachen? Ja, ja. Ich sehe, hast du eine Polenflagge oder was hast du da für eine Flagge da hinten? Oh, nein, nein, Toni Kroos, er hat ein Deutschlandtrikot, aber er stirbt, weil er in einem Block drin feststeckt. Nein, ich rette dich. Halt ein Maul. Ich habe zwei Deutschlandtrikots. Ja, was soll das? Toni Kroos ist einfach gestorben. Danke. Mann. So, ich habe den Giant zu tun, obwohl er den Handschuh in der Hand hatte. Oh, 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 oh. So, nice. Ich habe jetzt auch ein Trikot. So, okay. Du musst ein Fußballfeld haben. Oh, was ist das? Oh mein Gott. Machen die Code bitte. Okay. Ich habe eh einen blöden Villager. So, zack. Der Villager war doof. So, okay. Sammy Khedira, was hast du so im Angebot? Natürlich etwas, was ich haben möchte. Okay, das ist nicht schlecht. Das kann man auf jeden Fall nutzen. Danke, Sammy Khedira. Für dein Schwerherz. So, soll ich den Code machen? Ja, die fucken halt mega ab auf der kleinen Plattform hier. Ja, ja, das ist schwierig. Dass die dich da runter schieben. Das wäre witzig. So. Ah, ich brauche ein Fußballfeld. Warum brauchst du das? Ich möchte eins. Oh, Manuel Neuer. Yo, ich habe wieder Manuel Neuers Handschuhe. Okay, nice. Manuel Neuers Handschuhe auf jeden Fall. Und. Oh, wie geil. Ohne Witz. Was hast du bekommen? So wie gestern der Manuel Neuer abgegangen ist. Ja, nice. Da habe ich jetzt auf jeden Fall gute Sachen. Ähm. Warte, chill. Ich muss eben mal kurz meine Wolle neu platzieren. Alles klar. Ich habe das schon im Vorhinein mir gedacht, dass, ähm, dass sowas passieren könnte. Deswegen habe ich es schon mal gut platziert. Okay. Pam, 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 pam. Sterbt, Hooligans. Ich battle hier gerade gegen die Hooligans an. So, okay. Ähm. Ich ziehe mal dieses Trikot hier an. Dann bin ich schon mal ein bisschen stärker als sonst. So. Ja, meine Wolle wird es nicht gut versteckt sein, ne? Ja. Ja, du kannst sie gerne nochmal neu setzen. Ja, ich mache es. Oh, die Österreicher. Oh, die Schlacke. Wer von euch ist eigentlich Österreich-Fan gewesen und war zutiefst enttäuscht von seiner Mannschaft? Wird mich mal interessieren, fallert es mal in die... Oh. David. Ja, was los? Mir fehlt einfach nur noch ein Bogen. So. Null. So. Äh, mir fehlt noch ein Pfeil, wollte ich sagen. Pfeil? Ja, ein Pfeil. Oh, ein Pfeil. Wir sind... Wir sind... Äh, warte, ich gehe kurz. Game Mode 1. Die Spawner nur zerstören. So. So. Ne, das möchte ich nicht. Ja, okay. Dann... Dann... Äh, like das halt, ne? Wenn zu viel jemanden sagt. Spawnen. Okay, aber hier ist eh nichts Besonderes drin in der Kiste. Die Struktur hatte ich noch nie. Okay, was... Oh! BTF! Geht hier gerade ab. Ein Helm. Sehen wir mal an. Hui! David? Oh, nur ein Fußballspiel fällt. Bist du nicht in der Mitte? Hör, ne, ne. Oh, shit. Ich bekomme gerade hier Old Lucky Boots. Ich bekomme hier gerade mega die gute Rüstung. Oh, nice. Oh, ja. Wow. Okay, warte mal. Ich ziehe jetzt mal das an, was ich hier habe. Oh! Oh, oh. Oh, oh. David, ich gehe ganz kurz wieder in Game Mode. Du weißt, was passiert ist. So. Ich zerstöre hier kurz die Spawner. Es, ähm... Wäre einfach für die Folge ziemlich schade, wenn, äh... Das Ganze hier böse endet. Kaputt rippt. Also, ja, wenn alles kaputt, äh, rippt ist. Zack, zack, zack. So, Gas-Spawner zerstören. So, zack, zack, zack. Also, ich habe ja eh schon größtenteils meine ganzen Lucky Blocks hier verbraten, sage ich mal. So, 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 so. Oh, lol, warte. Was ist? Wolle sieht man direkt. Ich habe sie nicht gesehen. Ne, meine, aber ich muss eben... So. So, okay, es passiert manchmal, Leute, dass es hier Strukturen gibt, die halt ein bisschen eskalieren. Aber dafür liegen hier diese ganzen Lucky Blocks hier. Weil die halt mega... Mega nice sind. Die Fußballfelder sind so cool in Lucky Rush. David liebt sie. Er liebt generell, glaube ich, Strukturen, die solche Dinge machen. So, ich gehe auch nicht hoch in dieses Dungeon, weil ich es mir ja nicht verdient habe. Also, ich müsste mich hochbauen. Aber ich glaube, das wäre nicht schlau. Ich habe einfach mega viele Pfeile, ne. Ich habe so viele Pfeile. Echt? Hast du auch einen Bogen? Einfach, ja. Einen Emuble-Bogen. Okay, den habe ich nämlich auch. So. Ich gehe jetzt wieder Game Mode 0. So, zack. Oh, schießt du schon? Ja, ich versuch, äh, diesen Weg rüber zu schießen. Ach so. Also, ich schieße nicht auf dich oder so. LOL! Ich habe mir schlecht eine Bolle gefickt. Weiß ich nicht. Ich muss nicht gucken. Wo hast du hingeschossen? Unten. Unten, hinten. Unten. Ich muss gucken. Kann das schlecht sein? Oh, da ist ein Astra. Oh, na, geil. Äh, ich glaube nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich müsste gucken gehen. Außer es wäre jetzt doof, wenn ich gucken. Hier, weil, äh, dann, äh. Dann gucke ich weg, warte. Ich bin fair und renne nach hinten. Okay. Ups. Ups. Zack. Zack. Äh, nee, ist alles da. Ist noch alles hier. Okay, kann ich wieder nach hinten gehen? So, äh, ja, du kannst wieder direkt loslegen. So. Zack, ähm, das Doofe ist, ich habe keine Blöcke, um mich nach vorne zu bauen, aber ich habe das hier. Und aus diesen Blöcken hier bekommt man an sich keine Blöcke zum Bauen. Aber, oh, warte, ich habe eine Idee. So kann ich mich nach vorne bauen. David, bist du denn eigentlich bei mir oder, ähm... Nee. Nee, bist du nicht bei mir? So. Hast du gute Rüstung? Es geht, also nicht wirklich gut. Wow, ja, übertreib doch. Ich versuche, weil ich verschwinde jetzt meine ganzen Pfeile. Ich hoffe einfach, ob das eigentlich... Wie viele hast du? Warte, ich kann einen Umfogen ab, dann sehe ich gerade. So. Wie viele hast du davon? Äh, ich habe nicht mehr viele. Ich habe ein bisschen über den Stack gehabt, deshalb habe ich noch 30. Wow, ähm, ich komme nicht rüber, ich habe keine Blöcke. Ja, deshalb baue ich ja uns gerade hier diese Verbindung. Achso. Ja, wenn das so... Ja, du baust uns die Verbindung. Alles klar. Wow. Hui. Hör auf damit. Wie viele Pfeile hast du denn noch? Äh, 25, 24. Mit etwas Glück, ne? Aber... Etwas Glück kommt es... Naja, deswegen sind wir ja hier bei Lucky Rush. Alter, was du hier für Sachen spawst. Deine Base eskaliert gerade, ne? Du spawst jetzt Sachen ohne Ende. Das ist heftig. Was will dieses Schaf hier eigentlich? 16. Oh mein Gott. Noch nicht dieses coole Item gekommen. Bist du schon in der Mitte? Oder bist du in der Mitte gewesen? Nein. Ich schieße von meiner Base aus. Achso. Achso, das wusste ich nicht. Komm, kann ich ja... Einmal! Aua! Hab ich gehütet? Ja. Du hütest hier die ganze Zeit auf meine Base. Aber das juckt mich nicht, weil... Ich hab jetzt ein paar Blöcke, um nach vorne zu... Oh man, alter David, lass es doch einfach. Das ist fast bridgen, David. Wie fast bridgen? Ja, ich fast bridge hier gerade. Ich bin in der Mitte fast. Wie fast bridgest du denn? Ja, mit Speed. Ja, der letzte. Der letzte. Ach was. Wie viel Glück musst du haben, David? Der letzte. Wirklich der allerletzte. Das ist gerade heftig gewesen, David. Yo. Alter. Baut er noch so eine Verbindung? Hör auf mit den Fußbällen. 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 Nein? Ich? Penner, wo bist du? Sag nirgendwo. David, ich bin nicht bei dir. Bin nicht bei dir. Sei einfach leise, David. Vertrau mir doch einmal, Basti. Wieso habe ich noch einen Pfeil? Jo, ich habe dasselbe Item jetzt noch mal gehabt. Wieso habe ich noch Pfeile? I don't know. Los. David, deine Wolle. Was? Bist du bei mir? Wo soll denn sonst sein? Ich dachte, du suchst mich. Hat Mühe? Jetzt habe ich dich zu. Oh mein Gott, jetzt bin ich runtergefallen. Scheiße. Verpiss dich bitte. Hä? Wo ist deine Wolle? Alter! Ich glaube, du hast deine Wolle gefickt. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe sie jetzt abgebaut. Was? Nice. Ernsthaft? Jo. Jetzt lässt sich eh locker in den Tod stürzen. Ich falle. Wieso machst du das? Ja, weil du weg rennst. Ja, renn nicht hinterher. Das ist einfach Taktik. Das ist einfach Taktik. Jetzt muss ich dich auch erstmal finden. Wo bist du? Wer weiß. Hä? Vielleicht bin ich ja auch bei mir geblieben. Such mich, mein Freund. Such mich. Ich werde dich bauen hören. Hä? Der Basti. Also, ich kann nur sagen, meine Wolle liegt frei. Okay. David, du bist doch unsichtbar, du Pfosten. Ja? Ja, ja. Und deine Wolle ist weg. Was? Nein, ist sie nicht. Ah! David, was machst du da? Warum schlägst du dich zurück? Weil ich Angst habe. Ach, hast du den scheiß Handschuh? Ja. Jetzt hast du mir Effekte gegeben. Jetzt muss ich das mal warten. Du hast den scheiß Handschuhe. Ja. Lol. Alter. What the fuck. Du gibst dir einfach auch Dreck zur Scheiße. Hör doch mal auf, Basti. Nein, stirb jetzt. Nein, ich muss ein bisschen chillen. Warte. Alter. Zieh doch nicht die Folge so lang. Doch, doch. Warte. Geh doch mal zwei Meter zurück. Nein, weil sonst baust du dich frei. Nein, ich baue mich nicht frei. Ich baue mich nicht zu. Weil ich dann was machen will. Nee. Pech. Entweder du stirbst es oder du lässt es. Was? Ja! Ich dachte ich kann dich noch schnell töten, dann wir den Handschuh anziehen und dann mir die Effekte geben. Ja! Sieg! Weil danach hätte ich gewonnen. Fuck. Sieg. Die Wolle lag hier direkt frei. Ja, ich weiß. Da wollte ich ja hingehen. Boah. GG auf jeden Fall, Leute. Also mit den EM Lucky Blocks kann man mega taktisch gut hier mit diesem, ähm, mit diesem, wie heißt es, äh, Torwart Handschuhe was machen. Finde ich mega hammer. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und tschüss. 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 Vielen Dank.